Guten Moika, meine lieben Friends! Ich hatte gerade ein Bild gepostet, wo ich editiert war als Super Saijin und habe emotionalen Text dazu geschrieben. Also, danke für Glückwünsche, die ist das. Instagram hat deswegen Nacktheit gelöscht. Was? Wir haben ein neues Instrument der Bestrafung gefunden und die Jungs sind hier ein bisschen am Ankommen. Wild. Jungs, heute Geburtstagsessen nachholen, sagt ihr. Gerris hat Fleisch aus Albanien geholt. Der Investor ist wie immer hier am Grillen. Richtiger Ehrenmann. Und heute wird es wild. Wir haben hier Nudeln geholt. Die schärfsten Nudeln, die es gibt. Und dazu noch eine Soße, die noch schärfer ist. Ich glaube, heute werden wir wieder essen, Bro. Bismillah. Ja. Nudeln, Nudeln, Nukustul hat sein letztes Geld zusammengeworfen. Ich füße dein Herz, Bro. Das letzte Video wurde irgendwie gesperrt. Gott sei Dank kein Strike. Aber, ja. Hass erfüllte irgendwas. Diskriminierung. Bruder, what the fuck. Als ob ich die Welt gefickt habe. Bro. Da kam einmal der alte, bisschen Ohrschlauch kitzelnde Bruder raus. Und sofort sperre. Wisst ihr, was ich dazu sage? Alle wurden blöde. Dann. Ja. Dann. Ta всп wünsche dir. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020